Herzlich willkommen zur Top 5 Show bei Perl TV. Wir zeigen Ihnen die aktuellen Bestseller von Perl. Top 5 Show, eine wahnsinnig tolle Show. 5 neue Produkte, Katalog, Neuheiten. Ist der Wahnsinn, oder? Vielleicht haben Sie den Katalog schon zu Hause. Wenn nicht, dann sollten Sie gespannt sein und aufpassen, denn da sind wirklich richtige Schätze mit dabei. Das natürlich zu TV-Sonderpreisen. Das heißt, Sie können dann auch hier nochmal richtig sparen. Ich bin begeistert von der Vielfalt an Produkten, die wir für Sie bereits zurechtgelegt haben. Und ich kann eigentlich gar nicht abwarten, bis wir direkt starten können. Starten wir einfach direkt, oder? Platz Nummer 5. Auf Platz Nummer 5 ist wirklich was Besonderes. Eine 3-in-1-Schuko-Steckdose. Etwas ganz Besonderes, um zum Beispiel mal das Smartphone abzulegen oder vielleicht auch etwas zu laden. Und hier ist das gute Stück. Carsten, erklär mir doch bitte, wie das funktioniert. Nun, es ist grundsätzlich natürlich eine Schuko-Steckdose. Das heißt, es passt auf jede handelsübliche Steckdose in jedem normalen Haushalt. Man kennt nur das Problem, wenn du da jetzt ein Netzteil dran packst, hast du in der Regel diese kurzen Ladekabel. Und wenn jetzt die nächste Ablademöglichkeit etwas zu weit weg ist oder die Steckdose etwas zu hoch montiert wurde, dann baumelt das Telefon quasi am Ladekabel ganz einfach nur lustlos an der Steckdose entlang. Im schlimmsten Fall rutscht es sogar raus und fällt dir auf den Boden, dann ist natürlich das Glas kaputt. Und super ist es dann, wenn man ganz einfach eine Ablademöglichkeit für sein Smartphone entsprechend hat. Und dabei spielt es ja keine Rolle, ob wir jetzt hier von einem iPhone oder von einem Android-basierten Gerät sprechen. Und hier haben wir ja nicht nur eine Ablagemöglichkeit, wir haben sogar zwei. Das heißt, eins kannst du entweder quer oder hoch, kann im hinteren Teil platzieren und nochmal ein zweites nach vorne mit dazu packen. Vorteil natürlich auch hier, dass du zum anderen hier auch nochmal gleichzeitig eine freie Steckdose hast. Das heißt, hier hast du zwar einen Netzteil integriert für bis zu zwei Geräte gleichzeitig. Sie sehen zwei USB-Ports hier an der Seite. Aber du müsstest natürlich jetzt, wenn du ein anderes Gerät, beispielsweise mal in der Küche, einen Mixer, einen Toaster oder etwas ähnliches an einer Steckdose platzieren möchtest, eine weitere Steckdose suchen, die ist vielleicht etwas unkomfortabel am anderen Ende des Raumes. Hier hast du trotzdem die Lademöglichkeit deiner Handys, die Ablagemöglichkeit und trotzdem weiterhin eine freie Steckdose. Übrigens ist da nochmal zusätzlich ein kleiner Micro-USB-Stecker integriert. Für alle Android-basierten Smartphones ist das also genau der richtige Ladeanschluss. Das heißt, hier hast du zwei USB-Steckplätze an der Seite, kannst also bis zu zwei Geräte, egal ob Android- oder iOS-basiert, aufladen. Und da vorne auf der zweiten Ablagemöglichkeit, auf dem zweiten Slot vorne, nochmal zusätzlich ein drittes Gerät vorausgesetzt. Es ist mit dem Android-Ladeadapter oder mit dem Android-Ladestecker ausgestattet. Ein schönes, kompaktes Gerät mit über 50% Preisvorteil, neu bei uns im Katalog für 18,91 Euro. Und das sind genau die Neuheiten, die man natürlich an anderer Stelle entweder suchen muss oder, wenn man sie findet, sicherlich deutlich teurer bezahlen muss. Knapp 40 Euro, sagt der Hersteller. Dadurch, dass wir großzügig einkaufen, können wir natürlich hier deutlich unterhalb, sogar noch deutlich unterhalb der Hälfte des Preises bleiben. Und das wird dir sehr viel Zeit, Geld und Nerven sparen und vor allen Dingen wird dich die ständige Sucherei nach einer freien Steckdose zum Aufladen deiner Mobilgeräte mitunter nicht nur Smartphone, sondern auch Tablet oder auch mal MP3-Spieler. Gerade jetzt in der Urlaubszeit war das ein Riesenthema. Würde auch in der Vergangenheit oder in der Zukunft wieder ein Riesenthema sein. Das hat sich damit alles erledigt und das würde ich mal für einen kleinen Satz. Das ist so ein typisches Zubehörteil, wo andere Hersteller ganz gerne mal deutlich in deine Tasche als Endkonsument reingreifen. Wir machen das alles in großen Stückzahlen. Wir ordern ordentlich, haben die entsprechenden Kosten des Einzelhandels nicht und können Ihnen deswegen hier einen absoluten Toppreis trotz unseres Edelzulieferers Revolt machen. Und der liegt eben heute bei 18,91 Euro. Neu bei uns im Katalog und jetzt schon entsprechend stark nachgefragt bei den Herrschaften, die den Katalog schon zu Hause haben. Wir sehen das hier. Wir haben zwei USB-Ladeports mit bis zu 2,4 Ampere insgesamt. Das heißt also ohne weiteres zwei Smartphones, ein Smartphone, ein Tablet, ein Smartphone oder zwei Tablets oder auch mal ein MP3-Spieler. Du kannst alles anladen oder alles aufladen, was du per USB aufladen kannst und hast natürlich hier auch noch die beiden Ablademöglichkeiten für deine mobilen Endgeräte. Das ist einfach, das ist unkompliziert, damit geht es schnell und vor allen Dingen bleibt trotzdem die Steckdose frei. Für andere Geräte, die du ganz normal mit 230 Volt betreiben möchtest. Toll ist auch, ich könnte ja auch mein iPhone hier anschließen und laden, wenn ich ganz einfach dieses Kabel, was ich bei den iPhones dabei habe, einmal einstecke. Und dann stelle ich mein iPhone ganz einfach hier einmal auf den hinteren Schacht. Und dann steht es sicher, wir haben noch einen Überspannungsschutz und eine Kindersicherung für sie mit drin. Das heißt, da passiert nichts. Hier einmal die zwei USB-Anschlüsse, wo sie dann zum Beispiel das Smartphone, das iPhone auch laden können oder das zweite Telefon. Finde ich toll. Ich bin nämlich so ein kleiner Schussel und ich verliere auch oft mein Smartphone. Wir haben ja erst letzte Woche mit dem kompletten Team ein Handy gesucht, wo war es, unter einer Disposition vergraben. Man hat es gesucht und gesucht und gesucht. Hier suchen sie nichts mehr. Hier fällt das Handy auch nicht mal eben runter, weil jemand gegen das Kabel kommt. Sie kennen das vielleicht, haben die Steckdose an der Wand. Das Handy liegt allerdings auf der Couch oder auf dem Couchtisch. Und schwuppdiwuppe läuft der Hund einmal rasant zum Leckerchen. Zack, ist das Handy auf dem Boden. Das wird teuer, das übernimmt auch keine Versicherung. 18,91 Euro, 3 in 1 Schuko-Steckdose mit zwei USB-Ports und Smartphone-Ladeablage. PX 1870 und die 569 ist die Artikelnummer. Finde ich wirklich grandios. 130 Gramm schwer ist das gute Stück. Und sie haben vorne dann noch einmal die Möglichkeit, in der Steckdose zum Beispiel ein Lämpchen anzuschließen. Oder wenn sie möchten, natürlich auch andere Geräte. Markenqualität aus dem Hause Revolt. Für kleines Geld, 18,91 Euro. Ich bin mir sicher, dass einige bereits auf dieses Produkt und auf diesen TV-Sonderpreis gewartet haben. Hier einmal die Möglichkeit, per Mikro-USB dann nochmal die Android-Geräte zu laden. Seien Sie da schnell, rufen Sie an. 080-51-51, dreimal die 2. Das sind einfach tolle Möglichkeiten. Und daran merkt man, dass unsere Produkteinkäufer also wirklich immer direkt am Ball sind. Immer die Neuheiten suchen. Immer das, was man an anderer Stelle für teures Geld bezahlt. Einkaufen, das für günstiges, ja, würde ich nicht sagen Kleingeld, aber doch für günstige Konditionen in den Katalog reinpacken. Wir haben natürlich immer noch unsere TV-Sonderpreise. Nähere Informationen zu den Artikeln natürlich auch. Auf der Homepage unseres Mutterkonzerns perl.de oder natürlich auch in Verbindung mit den TV-Sonderpreisen auf perl.tv. Sie sind sicherlich schon gespannt, wenn das so ein toller Einstieg war, was auf Platz Nummer 4 ist. Und ich bin auch ziemlich gespannt. Deshalb warten wir nicht lange, machen wir direkt weiter. Platz Nummer 4 für Sie. Oh, Platz Nummer 4 ist wirklich was ganz Tolles. Das Heimkino für zu Hause. Ganz egal, wie groß der Flachbildfernseher ist, er ist meistens immer noch zu klein. Also so kenne ich das zumindest. Und vielleicht haben Sie sich auch in der letzten Zeit mal mit dem Thema beschäftigt. So ein Beamer, das wäre was Tolles. Jetzt gerade war die EM, die WM, die wartet quasi schon in den Startlöchern. So Fußballspiele über einen Beamer zu schauen, ist dann doch was ganz anderes. Geschweige denn Filme. Uh, Filme. Warum geht man ins Kino? Warum zahlt man 20 Euro für zwei Eintrittskarten? 25 Euro je nach Film. 3D vielleicht über Länge. Natürlich, weil es ein ganz anderes Erlebnis ist. Ein Beamer ist wirklich was Besonderes. Und der hier sowieso. Ja, der hat nämlich 2800 Lumen. Und wenn man weiß, dass normalerweise mindestens 2000 Lumen nötig sind, um einen Beamer vollumfänglich tageslichttauglich zu machen, lieber Zuschauer, dann weiß man natürlich, dass man mit 2800 Lumen, natürlich ist die Blende für die Linse entsprechend mit dabei, dass man mit 2800 Lumen vollumfänglich, also auch bei voller Tagesbeleuchtung hier, ein gestochen scharfes Bild erwarten kann. Ich habe den Vorgänger dieses Modells zu Hause, bin damit absolut zufrieden. Bin nicht nur ich selber, bin damit zufrieden. Auch mein Sohnemann hat ihn sehr zu schätzen gelernt. Ich habe den vor einigen Wochen, einigen Monaten, ist schon eine ganze Weile her, ganz einfach mal mit nach Hause genommen, habe ihn angeschlossen, eine schöne Leinwand aufgebaut und habe mir mit deinem Sohn unter anderem mal ein schönes Playstation-Spiel direkt auf der großen Leinwand gegönnt. Auf bis zu drei Meter Diagonale war das an dieser Stelle ohne weiteres machbar. Wir können übrigens hier in unterschiedlichen Formaten unterschiedliche Größen einstellen. Im Format 4 zu 3 ist das bis zu 4,40 Meter Diagonale. Im Format 16 zu 9 sind das bis zu 3,80 Meter Diagonale. Die Entfernung, um das hinzubekommen, beträgt hier zwischen 1,27 Meter und 3,04 Meter. Das bitte auf jeden Fall in Ihrer Planung zu Hause in den Räumlichkeiten mit einkalkulieren. Das Schöne ist, dass wir alle Anschlussmöglichkeiten ebenfalls parat haben, liebe Zuschauer. Der ist also nicht nur vollumfänglich tageslichtauglich, sondern natürlich auch anzuschließen an sämtliche Geräte, die Sie zu Hause haben, zum Beispiel an die Hi-Fi-Anlage, zum Beispiel an die Soundbar, an das 5.1 Surround-System. Sie sehen auch den VGA-Anschluss. Das heißt, auch hier ist auch mal ein Anschluss beispielsweise von anderen Geräten, von einem Laptop zum Beispiel möglich für Präsentationen im beruflichen Bereich. Natürlich hier auch direkt der Antennenanschluss und ein kleines Stück daneben zwei HDMI-Eingänge. Das heißt, hier sogar zwei verschiedene HDMI-Geräte anschließbar. Zum Beispiel eine Spielekonsole und des Weiteren ein SAT-Receiver, ein Kabel-Receiver. Direkt daneben sehen wir hier in diesem Bereich auch noch die beiden USB-Anschlüsse. Und das bedeutet, wir haben nicht nur ein tolles Heimkino-Erlebnis in Verbindung mit einem Abspielmedium, einem Laptop, einer Spielekonsole oder einem DVD-Spieler. Wir haben auch einen eingebauten Media-Player. Das heißt, direkt vom Stick oder von der externen Festplatte runter kannst du ohne den Einsatz eines weiteren Gerätes direkt deine eigenen Inhalte abspielen. Zum Beispiel die tollen Urlaubsvideos, die du jetzt im Urlaub gedreht hast mit deinem Camcorder, die du ganz einfach über den Rechner auf deinen Stick ziehst, auf deine Festplatte ziehst und die dockst du hier an. Und kannst sie hervorragend im Format 16 zu 9 bis 3,80 m im Format 4 zu 3 bis 4,40 m auf eine Leinwand projizieren. Wenn noch Leinwände gesucht werden sollten, haben wir vom gleichen Hersteller von Scenelight nämlich auch noch tolle Leinwände für Sie im Programm in unterschiedlichen Formaten. Die größte hat 3,05 m Diagonale, das wären 120 Zoll. Aber noch etwas größer wäre ohne weiteres möglich. Da wird man sicherlich auch nochmal ins Geschäft kommen. Also eine schöne Möglichkeit und vor allen Dingen auch eine LED-LCD-Technologie. Und da weiß man alleine von der Angabe des Herstellers, allein dieses Leuchtmittel hält rund 50.000 Betriebsstunden. Und das ist wirklich eine ganze Menge, denn gerade das Thema mit den Lampen war in der Vergangenheit immer ein riesengroßes Hemmnis, wenn es um den Kauf eines Beamers ging. Denn da wusste man ganz genau, so eine Birne, die man früher hatte, die wird a heiß, die muss b entsprechend fast eine Stunde runterkühlen, bis du die Beamer wieder einpacken kannst. Und zum anderen ist die natürlich nach ungefähr 1.000 Betriebsstunden auch schon wieder hinüber. Und eine Reservebirne kostet die schnell mal um die 200, 250 Euro. Mir war das damals ein Stück weit zu viel, deswegen habe ich ganz drauf verzichtet. Bei 50.000 Betriebsstunden werden Sie garantiert vergessen haben, wo ist die Quittung vom Gerät, wo ist die Verpackung, bei wem habe ich es eigentlich gekauft. Wenn dieses Leuchtmittel irgendwann mal den Geist aufgibt, behaupte ich, wird man vergessen haben, wo diese Dinge alle dabei sind. Das heißt, perfekte Qualität und aufgrund der Tatsache, dass hier auch die Temperaturentwicklung nicht mehr so ausgeprägt ist wie bei den alten Leuchtmittelmöglichkeiten, können Sie natürlich so einen Beamer auch mal ganz hervorragend an der Wand platzieren, überall dort platzieren, wo man früher noch nicht mal drüber nachgedacht hat, weil natürlich da also auch permanent die schwarzen Flecken an der Tapete zu sehen sind, wenn das Gerät ganz einfach zu heiß wird. Das ist hier ausgeschlossen und wenn du mal einen anderen Winkel brauchst beispielsweise, kannst du auch den jederzeit mit einstellen. Das ist die Neuerung am Nachfolgemodell. Auch hier in den entsprechenden Winkeln, in der seitlichen Neigung, lassen sich Einstellungen vornehmen. Also ganz so, wie du es brauchst, komfortabel und einfach einzurichten und einfach brillant von der Wiedergabelqualität. 237,41 Euro ist auch ein brillanter Preis unter der NX 4262 und der 569. LED-LCD-Beamer, wirklich wunderbar mit Media Player. Die Fernbedienung gibt es selbstverständlich auch direkt mit dazu. Aus dem Hause Seenlights. Und Sie wissen vielleicht, oder wenn Sie es noch nicht wissen, dann sage ich es Ihnen schnell gerne noch einmal, Sie können natürlich auch in drei bequemen Monatsraten zahlen. Und das zur Null-Prozent-Finanzierung. Keine Zinsen. Gehen Sie dafür bitte einfach schnell auf www.pearl.tv. Da finden Sie alle weiteren Infos. Drei Monatsraten, Versandkosten frei. Der unten eingeblendete Preis, der bleibt bestehen. TV-Sonderpreis, Platz Nummer 4. Wunderbar, hochauflösend. 1280x800 Pixel. Das ist grandiose Qualität. Und da kann auf jeden Fall das nächste Fußballspiel, die nächste Diashow an vielleicht Hochzeitsfotos, an schöne Erinnerungsfotos aus dem Urlaub kommen. Oder natürlich auch super Filme, Blockbuster, die Sie sehen wollen. Und wenn Sie da sagen, auf dem Fernseher, das ist mir zu klein, ich möchte wirklich das besondere Erlebnis, ist das definitiv das Richtige. Da kann ich Ihnen auch nur sagen, schauen Sie doch direkt mal beim Angebot des Tages vorbei. Die Soundbar, da sind wir gerade auf den letzten Stückzahlen. Da können Sie vielleicht schnell sein und noch eine ergattern. Das im Kombipaket ist wirklich Luxus pur für jedes Filmchen, für jedes Fußballspiel etc. pp. Ich habe mir unter anderem das Champions-League-Finale angesehen. Real Madrid gegen Atletico. Ich muss zugeben, Ronaldo in drei Meter Diagonale zu sehen, wie er den Pokal in den Nachthimmel reckt, war nicht ganz so sexy. Ich hätte mir da lieber einen deutschen Spieler, z.B. vom FC Bayern München, Gell Philipp, angesehen. Aber vielleicht haben wir im nächsten Jahr eine Chance, bis der 1. FC Köln soweit ist. Da mal einen Champions-League-Pokal in den Himmel zu recken, werde ich noch ein paar Tage warten müssen. So lange halte ich den deutschen Verein, u.a. auch den Bayern natürlich ganz fest die Daumen. Aber auch ein schöner Kinofilm auf einer Blu-ray z.B. mit dieser Wiedergabequalität. fantastisch. HD natürlich die native Auflösung. Wenn die Ausgabequelle aber Full-HD bietet, kann der WIWR natürlich auch die Full-HD-Qualität auf die Leinwand transportieren. Und das Ganze muss nicht gleich 7, 8, 900 Euro kosten. Das haben wir heute für noch nicht mal 240 Euro für Sie im Programm. Eine der Top-Neuheiten, die ich finde, im aktuellen Pölk-Katalog. NX 42, 62 und die 569, 237, 41, 080, 51, 51, 3x die 2, die Rufnummer. Oder wenn Sie sich dafür entschieden haben, in 3 bequemen Monatsraten zu zahlen, dann wissen Sie www.poel.tv. Da gibt es alle weiteren Infos. Und in diesem Paket, ich muss es noch mal erwähnen, Angebot des Tages, grandios. Das ist wirklich, das ist die Extraklasse an Heimkino, was Sie hier bekommen. Das war Platz Nummer 4. Es geht jetzt aufs Treppchen. Schauen wir uns doch direkt mal an, was auf Platz Nummer 3 auf Sie wartet. Platz Nummer 3 ist auch ein richtiges Highlight. Es geht darum, dass Sie vielleicht auch mal Probleme haben, Ihr Gegenüber zu verstehen. Gerade in der Gesellschaft, Sie sitzen vielleicht mit der ganzen Familie, mit Ihrem Bekannten am Tisch und essen schön. Da kommt die eine oder andere Diskussion auf. Da werden Fragen gestellt. Und Sie, Sie hören vielleicht nicht immer alles ordnungsgemäß und haben manchmal Probleme damit, etwas zu verstehen. Dann brauchen Sie auf jeden Fall das nächste Produkt. Es geht um einen Hörverstärker. Einen Hörverstärker, der hinter dem Ohr angebracht wird. Und das für einen sagenhaft kleinen Preis. Das ist der Hammer. Habe ich noch nie so gesehen. Also für den Preis. Man hat sich mal überlegt, was ein Hörgerät kostet. Wenn Sie Schwierigkeiten mit Ihrem Hörvermögen haben, und das hat man in jungen Jahren mitunter genauso wie bei den älteren Semestern, das werten wir nicht. Das ist eben einfach so. Der eine braucht eine Brille, der andere braucht vielleicht ein Hörgerät. Wieder ein anderer braucht vielleicht eine Gehhilfe. Das sind alles Dinge, die im Laufe der Zeit einfach passieren können. Wir wünschen es keinem. Aber der eine oder andere hat eben nur mal diese Schwierigkeiten. Und wenn man dann natürlich auf die Suche geht und mal bei den Hörakustikern da unterwegs ist und sich mal nach manierlichen Hörgeräten umschaut, dann weiß man sehr schnell, dass man hier von Preisen sprechen muss, so die so bei 1500 Euro, halbwegs manierliche Qualität vorausgesetzt, mit der Suche beginnen muss. Wenn es natürlich dann auch immer ein Pärchen geht, ist man schnell mal so bei 3000 Euro oder mehr angekommen. Ich habe extra mal nachgesehen, gerade so, wenn es um die Krankenkassen geht, die gesetzlichen Krankenkassen, bieten die mitunter die Möglichkeit an, schon mal für ein Hörgerät um die 500, 600 Euro beizusteuern, wobei das schon ausgesprochen großzügig konzipiert ist von meiner Seite her. Wenn man das mal rechnet, braucht ein Pärchen Hörgeräte, 500 Euro zahlt die Kasse dazu, 3000 Euro Preis, das heißt 2500 Euro hast du selber an der Hose. Das ist ein dicker Urlaub für die ganze Familie, liebe Zuschauer. Aber natürlich ist man darauf angewiesen, weil man ja den Gesprächen folgen möchte, weil man dem Fernsehprogramm folgen möchte, weil man dem Radio zuhören möchte und grundsätzlich am Leben teilnehmen möchte. Das kann man eben nicht, wenn einer der Sinne entsprechend weniger ausgeprägt ist als ein anderer. Sie können sicherlich mal mit einer Brille oder mal etwas, etwas unscharf etwas erkennen, wenn Sie nichts hören, sind Sie schlicht und ergreifend ausgeschmissen. Jetzt sehen Sie den Preis, 6,56 Euro für eine fantastische Lösung. Natürlich sind hier unter anderem drei entsprechende Aufsätze mit dabei. Zwei sehen Sie hier, den dritten denken Sie sich bitte dazu. Und das mit der NX9088 und die 569. Das ist der Hammer hier, der hinter dem Ohrhörverstärker. Sie sehen, der kommt einmal in so einer wunderbar schönen Klappbox. Da ist dann alles direkt am Platz. Das Gerät wird einmal hinter das Ohr geklemmt. Ich möchte Ihnen das mal demonstrieren, damit Sie sehen, wirklich wie schön das Ganze ist. So, ich packe das mal rein. Sekunde. So, und dann kommt das hier hinter das Ohr. Ich glaube, dass der Aufsatz ein bisschen zu groß ist, obwohl es, nee, es geht, es geht. Es passt. Aber der dritte wäre ja der kleinste gewesen. Schauen Sie sich das bitte einmal an. Sie sehen fast nichts. Das sieht toll aus. Das ist ein toller Preis. Und das ist wirklich unauffällig, oder? Oder sieht man da was? Ja, ich habe, ja, ich habe ein Häschenohr. Das ist mein Häschenohr. Hinter dem Ohrhörverstärker, es geht nicht um mein Ohr, sondern um den Hörverstärker. Den können Sie für links sowohl als auch für rechts benutzen. Und dann können Sie hinten einmal die Lautstärke regulieren, beziehungsweise das Gerät an- und ausschalten. Ein Wahnsinnspreis. Sie haben es gesehen, leider derzeit vergriffen. Die nächste Auslieferung erfolgt erst ab dem 12.9. Oder beziehungsweise schon am 12.9. Und wenn Sie sagen, genau dann soll er da sein. Weil ich möchte nicht lange warten. Ich habe die Probleme schon seit geraumer Zeit. Habe nur darauf gewartet, dass ich mal eine günstige Möglichkeit habe, so einen Hörverstärker zu bekommen. Dann greifen Sie bitte direkt zum Telefon. Wählen die NX 9088 und die 569 als Bestellnummer. Rufen an. Und dann ist dieser Hörverstärker auch schon direkt bei Ihnen, wenn das nächste Auslieferungsdatum fällig ist. Wenn Sie warten sollten, dann werden Sie natürlich da immer weiter warten müssen. Denn die sind ratzfatz weg. TV-Sonderpreis, absolute Neuheit. 6,56 Euro. Der Preis super. Gerade wenn ich sage, ich möchte mal in die Welt einsteigen. Ich möchte mal einen Hörverstärker ausprobieren. Ich habe vielleicht auch Probleme, Gesprächen zu folgen. Und natürlich ist das auch eine Sache, das ist Sicherheit hier, die Sie bekommen. Denn ab und zu hat man dann auch Probleme, vielleicht Warnsignale mitzubekommen. Wenn Sie da aus ein paar Kilometern Entfernung oder ein paar hundert Metern Entfernung nicht mehr hören, dass der Rettungswagen ankommt, könnte gefährlich sein. Natürlich genauso beim Straßenverkehr. Wenn man vielleicht unterwegs ist, wenn man spazieren geht, dann quatscht die Partnerin oder der Partner noch mit einem. Und dann bekommt man nicht mit, dass vielleicht da gerade der Rettungswagen, der Notarzt angefahren kommt. Da kann schnell was passieren. Hier die Sicherheit für klitzekleines Geld unter der NX9088 und der 569. In dieser wunderbaren Schale ganz einfach auf den Nachttisch platzieren. Sieht keiner. Sie werden eine Menge Spaß haben und wieder alles hören können. Und das hier mit einem Frequenzbereich zwischen 100 und 6000 Hertz für ein gutes Sprachverständnis. Das Gerät funktioniert also mit einem Eingang von 30 dB und Sie können es mit bis zu 50 dB verstärken. Und damit ist man ganz einfach wieder aktiv im Leben drin, kann den Gesprächen wieder folgen, muss den Fernseher nicht so laut machen. Man hat den Ärger mit den Nachbarn nicht mehr, mit dem Partner nicht mehr und ist einfach wieder mittendrin statt nur dabei. Die NX9088 und die 569, drei verschiedene Aufsätze in unterschiedlicher Größe, sind ebenfalls dabei. Und ich glaube für 6,56 Euro muss man sich da auch finanziell nicht sonderlich verbiegen. Eine Top-Neuheit bei uns im Programm, im Katalog, auf der aktuellen Position Nummer 3 in den Top 5 der beliebtesten Katalog-Highlights. Wir sind schon fast an der Spitze. Platz Nummer 2 wartet jetzt schon auf Sie. Wir machen direkt weiter und sind gespannt, was jetzt für Sie kommt. Platz Nummer 2 macht wirklich grandiose Aufnahmen. Aufnahmen, die Sie so wahrscheinlich noch nie gesehen haben. Denn schwupp, wie kommt denn der Himmel da zustande? Oh, und da kann man wieder runter schauen. Hä, das geht doch gar nicht. Wie viele Kameras sind denn da eigentlich installiert? Eine. Eine 360 Grad Full HD Action Cam. Und das heißt natürlich, dass Sie dort alles sehen. Ganz egal, was unten passiert, was im Himmel ist. Ob die Sonne scheint, ob die Wölkchen da sind. Wie die Sterne sind vielleicht auch nass. Oder natürlich links und rechts. Sie sehen alles 360 Grad Rundumsicht. Hammer. Ja, und natürlich auch ein Hammerpreis, 189,91 Euro. Wie auch clever gemacht, das hat der Roman bei uns gemacht. Der hat sich ganz einfach mal eine etwas kräftigere Drohne geschnappt und hat ganz einfach mal unsere 360-Grad-Kamera, eine der Top-Neuheiten im Katalog, deswegen auch Position Nummer 2 zu finden. Der hat einfach mal drunter gehängt. Und hier haben wir zwei Objektive mit jeweils 220 Grad. Ich möchte Ihnen da Zahlenspielereien ersparen. Tatsache ist jedoch, dass Sie natürlich mit dieser Kamera einen 360-Grad-Kuppelblick, einen Rundumblick genießen können. Und wenn wir jetzt hier mal schauen, wenn die Kamera jetzt ganz einfach auch mal stehen bleibt, dann haben wir jetzt hier jederzeit die Chance, ganz einfach auf dem Handy-Display, das haben wir jetzt ganz einfach per Wi-Fi mit der Kamera verbunden. Das geht mit iOS-Geräten genauso wie mit Android-Geräten. Wenn wir jetzt hier einfach mal weitergehen, dann können wir jetzt hier den kompletten Raum ablichten. Den kompletten Raum anschauen. Und das natürlich nicht nur in der Horizontalen, sondern eben auch in der Vertikalen. Schauen Sie mal, so sieht das bei uns im Studio aus. Hier also auch die Studiobeleuchtung über uns. Und dann haben wir natürlich hier auch mal den Blick nach unten. Und das kann ich in alle möglichen Richtungen so schieben, wie es ganz einfach passt. Sie sehen, das Bild folgt mir hier entsprechend. Ich finde es einfach eine peppige Idee von unserem Roman, dass er das Ganze unter eine Drohne gepackt hat. Möglich wäre aber auch der Einsatz natürlich auch mal in einem großen Raum. Ich erwähne da immer wieder ganz gerne eine Kathedrale, Kölner Dom, Sixtinische Kapelle beispielsweise. Sie können Fotos schießen. Ja, einen kleinen Bildausschnitt mal eben kurz an die Decke halten. Da kriegen Sie vielleicht einen Finger drauf. Oder aber Sie können ganz einfach mal mit so einer Kamera die Kamera aufstellen und ganz einfach auf Aufnahme drücken. Das Ganze lässt sich natürlich hier über das Smartphone jederzeit auch gerne fernbedienen, auch direkt am Gerät einstellen natürlich. Das ist klar. Und dann haben Sie eben jetzt hier mal den kompletten Raum. Sie haben die Decke natürlich mit drauf, um am Beispiel Sixtinische Kapelle zu bleiben. Ein wunderschönes Gemälde von Michelangelo, millionenfach fotografiert, aber eben nicht so, wie Sie das in der Zukunft können. Interessant wäre es aber eben auch mal, wenn man so etwas mal einsetzt als eine Art Action-Kamera mit der entsprechenden Halterung. Das Dreibeinstativ ist natürlich mitgeliefert mit einem Dreiviertel-Zoll-Gewinde. Das sind Standardanschlüsse, auch mal für ein Fotogewinde beispielsweise, für ein Stativ, was Sie vielleicht schon zu Hause haben. Ja, und da kann man also grundsätzlich alles mitmachen für den Sport, für den Freizeitbereich. Oder stellen Sie die Kamera auch ganz einfach mal in den Garten und lichten Sie doch einfach mal Ihr Grundstück, Ihren wunderschön gepflegten Garten, aktuell mit der Terrasse, mit dem Haus im Hintergrund, vielleicht mit der ganzen Hecke, mit den Rosenbüschen Ihrer Frau, mit der tollen Stimmung am Himmel oder mit dem gepflegten Rasen in einem einzigen Abwasch ab. Und machen Sie nicht dauernd einfach nur kleine Fotos, wo man einfach einzelne Bildausschnitte sieht, sondern das Ganze wirklich mal hochkarätig. Ja, ein schönes Auto steht. 189,91 Euro, ja, sehr schönes Auto. Das wohl gehört, NX 42,73 und die 569. Eine 360-Grad-Full-HD-Action-Cam gibt natürlich Ihren Videos ganz andere Dimensionen. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Schauen Sie sich wirklich an, was da drumherum passiert. Wenn Sie jetzt gerade vielleicht noch den ein oder anderen Urlaub geplant haben, wenn Sie generell gerne unterwegs sind und die Landschaft festhalten wollen, wenn Sie festhalten wollen, was Sie im Urlaub gesehen und erlebt haben, gibt es natürlich nichts Besseres als 360-Grad-Kameras. Denn warum? Man schaut sich die Erinnerungen, diese Fotos ja an, um wieder in Erinnerungen schwelgen zu können, um wieder das Gefühl zu haben, man ist genau dort. Wenn einem die Decke auf den Kopf fällt, wenn man wirklich denkt, ich muss wieder in den Urlaub. Und es war so schön damals. Es war so wunderschön. Schau mal, wie glücklich wir da noch waren, als wir in Italien waren, als wir am Meer lagen, als wir in der Türkei waren. Ganz egal wo, hier machen Sie wirklich ganz neue Videos. Ein ganz anderes Erlebnis, was Sie hier bekommen. Und da werden Sie sehen, ach ja, das Wetter, das war doch so leicht bewölkt. Ja, stimmt. Und genau, ja, über den Stein haben wir doch noch gelacht und haben uns unterhalten, wie wunderschön der aussieht. Oder die Muschel, die war so besonders. Das sehen Sie. Alles hier 360 Grad, 189 Euro, 91 NX 42, 73 und die 569, die Artikelnummer. Jetzt können wir uns hier noch mal ein bisschen was anschauen, liebe Zuschauer. Das war die Aufnahmeauflöse, die Sie gerade gesehen haben. Das heißt, einmal hier den kompletten 360 Grad Rundumblick. Und das eben nicht nur in der Horizontalen, sondern einmal komplett drin. Um das noch mal zu unterstreichen, kann man das natürlich auch noch mal austauschen, indem man hier beispielsweise in eine Art Fischaugenmotiv geht. Das heißt, hier haben Sie wirklich den kompletten Bereich in einer kleinen Kugel drin. Wenn wir das noch mal auf die Spitze treiben, dann können wir das sogar für die Smartphones, für den neuen Trend VR, Virtual Reality, der letztes Jahr schon absolute Wellen geschlagen hat, in diesem Jahr noch weiter vorangetrieben wurde, ebenfalls machen. Und über den Lagesensor des Telefons können Sie natürlich eine VR-Brille vorausgesetzt, die wir für kleines Geld im Programm haben. Wir müssen auch mal für 10, 12, 15 Euro sowas um den Dreh als Selbstbausatz mal aus Pappbefeld, mal für den Einstieg oder natürlich auch hochkarätig, je nachdem, wie Sie es wollen, hier mal im dreidimensionalen Bereich haben. Sie kennen diese VR-Brillen, Virtual Reality. Das heißt, hier wird einfach das Handy-Display genutzt, um diesen 3D-Effekt zu erzeugen. Deswegen haben wir zwei Bilder. Sie ziehen die Brille auf und sind quasi mittendrin in einer völlig anderen Welt. Das gibt es nicht nur mit dieser 360-Grad-Kammer. Da gibt es mittlerweile hunderte von Applikationen, die Sie entweder unter Wasser bringen und zum Tauchen an ein schönes Riff, die Sie wie Streif runterfahren lassen, sodass Sie das Gefühl haben, Sie stehen auf den Skiern wie Hermann Mayer und jagen da die Piste runter. Sie können das Ganze aber auch im Dschungel oder eben auch mal als Fallschirmsprung genießen. Das sind alles mitunter so Dinge, wo man sich vielleicht so nicht unbedingt rantrauen würde. Aber das kann man jetzt hier eben im Rahmen der virtuellen Realität genießen. Vorausgesetzt, man hat die entsprechenden Aufnahmemöglichkeiten und diese haben Sie natürlich jetzt hier mit Ihrer neuen 360-Grad-Kamera. Ich hatte ein vergleichbares Modell als, wie soll man sagen, als eine Art Prototyp von einigen Studenten der Filmakademie in Hamburg. Auf der Bühne der Boot in Düsseldorf, da geht es um Unterwasserfotografie. Und die haben sechs GoPros mit 4K-Auflösung nebeneinander gepackt. Das war natürlich ein Aufwand, der muss a. bezahlt werden und b. war das gar nicht so einfach umzusetzen, weil eine Rechnerpower brauchte eigentlich, wie sie sonst noch bei der NSA zu erwarten ist oder bei Facebook in der Hauptzentrale. Das alles ist jetzt hier für 189,91 Euro möglich. Wenn man sich mal überlegt, dass eine vernünftige Action-Cam von den üblichen Verdächtigen auch gut und gerne mal bei ungefähr 250, 300 Euro liegt, das Parademodell momentan für 400 Euro angeboten wird, mit einem Minimum am Zubehör, sind wir hier also auch preislich richtig interessant unterwegs. Und bitte, das ist nicht nur etwas, was man als Spielerei für die Kinder, für die Jugendlichen bezeichnen kann, das ist auch mal ganz interessant für die Erwachsenen. Mein Schwiegervater hat mittlerweile selber eine Action-Kamera, so einen kleinen Selfie-Stick, verschiedenes Zubehör und nutzt da natürlich auch die Zeitraffer-Funktionen und dergleichen, um da spektakuläre Winkel und Aufnahmen einfach mitzumachen. Das macht Spaß, das ist außergewöhnlich und wird sicherlich auch Sie regelrecht begeistert. Falls Sie sich jetzt fragen, zu den 189,91 Euro kommt doch sicherlich noch eine teure App hinzu, das kann doch nicht der volle Preis sein. Nein, die App ist kostenlos, die laden Sie bequem auf Ihr Smartphone runter und dann geht es los. 189,91 Euro, NX 42,73 Euro und die 569, die Artikelnummer. Tolle Preise, die wir haben und es ist bereits soweit Katalogneuheiten. Wir sind auf der Spitze angelangt, Platz Nummer 1 für Sie. Platz Nummer 1 ist etwas ganz, ganz, ganz Besonderes. Das ist der Alleskönner für Grafikdesign, Illustrationen, Seitenlayout, Bildbearbeitung und Webgrafiken. Das ist wirklich der Hammer und natürlich auch Platz 1, der Katalog Neuheiten. Das ist etwas Besonderes, was Sie hier natürlich zum klitzekleinen Preis bekommen. Ganz egal, ob Fotos retuschieren, mit Bildbearbeitungswerkzeugen, das ist hier möglich. Sie können wirklich wahnsinnig viele Dinge machen mit einem Corduas Home and Student Suit. Und du beginnst bereits schon zu malen. Ja, ich gucke mal gerade hier. Ich weiß gerade nicht, was die Software mit mir veranstaltet. Schauen wir mal gerade. Das sind nämlich diese Zeichentableaus, liebe Zuschauer. Und das ist etwas, was natürlich gerade das Zeichnen, das Umsetzen von Grafiken im digitalen Bereich um ein Vielfaches vereinfacht. Sie haben alle schon mal einen ganz normalen Kugelschreiber, einen Bleistift in der Hand gehabt und haben eine Skizze gezeichnet. Von mir aus mal ein kleines Strichmännchen oder was. Oder auch mal eine Skizze von einem Haus, von einem Auto, von etwas, was Ihnen ganz besonders gut gefallen hat. Das Ganze aber im digitalen Bereich zu übertragen, ist da gar nicht so einfach. Und da bieten sich dann eben solche Tablets an oder Tableaus an sozusagen. Und das hier kommt von einem der Branchenriesen und der nennt sich Vakom. Ist eine fantastische Firma. Ich hatte selber schon das Vergnügen, einige Male für die Firma Vakom auf den Messenpräsentationen abzuhalten. Da saßen die Spezialisten natürlich neben mir. Denn es bedarf normalerweise einer umfangreichen Schulung, um so ein Zeichentableau entsprechend umzusetzen. Das Schöne ist, Sie haben hier natürlich auch die passende Software mit dabei. In dem Fall CorelDRAW X7, sodass Sie, denkbar einfach in der Home Student Variante, deswegen bitte nur im privaten Bereich und nicht im kommerziellen Bereich, verwenden. So, dass Sie hier natürlich jetzt Ihre Skizzen, Ihre Grafiken, Ihre Vektorgrafiken, Ihre Webseiten, all das illustrieren können. So, wie Sie das normalerweise mit einem Blatt Papier und mit einem Stift in der Hand in der Vergangenheit gewohnt waren. Das wird jetzt hier, denkbar einfach, mit einem ähnlichen Prinzip, ganz einfach eins zu eins in den digitalen Bereich in Verbindung mit Ihrem Computer übertragen. Das heißt, einen PC mit einem USB-Anschluss, mit einem freien, brauchen Sie, wenn er etwas schneller unterwegs ist, etwas mehr Speicher zur Verfügung hat und vielleicht auch den 3.0-Anschluss hat. Für die schnellere Datenübertragung ist das sicherlich durchaus von Vorteil. Natürlich ist das Tableau mit dabei und auch der entsprechende Stift, den man hier mit zwei Elementen entsprechend zum Einsatz bringen kann. Verbunden wird das Ganze per USB und dann geht die Reise auch schon los. So, und dann kann ich zeichnen und malen. Ich bin gespannt, wie toll du das machst. Sie sehen, das ist wirklich was ganz Besonderes. Eine komplette Designlösung für zu Hause und die Schule. Das ist der Hammer, was Sie hier bekommen. Das Design finde ich auch grandios, wunderschön. Einmal in schwarz mit Neontönen. Sie werden begeistert sein. Das ist der Wahnsinn. Und das für 94,91 Euro unter der PK 5096 und der 569. Vielseitig einsetzbare Zeichenwerkzeuge, die Sie bekommen. Komplettes Grafikdesign, hilfreiche Lernmaterialien, umfassende Inhaltbibliotheke, tolle neue mobile Apps und fortgeschrittene Bildbearbeitung und, 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 und. Eine ganze Menge. Das ist der Hammer. So, ich glaube, der Rechner lässt mich hier gerade ein Stück weit im Stil. Es ist weniger das Tablet. Das Schöne ist, liebe Zuschauer, Sie haben natürlich jetzt hier alle Grundvoraussetzungen gegeben. Und Sie haben nicht nur CorelDRAW drauf, um natürlich Vektormöglichkeiten, Zeichenlayout und dergleichen zu machen. Sie haben natürlich noch weitere Programmelemente mit dabei. Das alles ist in der Home Student Variante integriert. Das heißt, Sie haben das CorelDRAW DRACE X7 mit dabei. Da geht es um das Konvertieren von Bitmaps in die entsprechenden Vollprogramme hinein. Da geht es um das Capture X7. Da kann man Screenshots mit erstellen. Und natürlich haben wir auch das Connect X7 mit dabei. Das ist ein Vollbildbrowser zum Durchsuchen von PC und von Netzwerken nach ganz bestimmten Inhalten. Schön aber auch ist, dass Sie diverse Dinge bereits vorinstalliert haben. Das heißt, Sie haben 1300 hochwertige Cliparts und Bilder. Sie haben 100 hochauflösende Digitalfotos, die Sie gerne nach Ihrem Gusto verändern können. Sie haben 125 Schriftarten. Sie haben über 100 professionelle Vorlagen, 75 Bilderrahmen und 100 Rahmen und Muster, die sicherlich auch Ihr Layout, sei es eine Skizze oder auch ein künstlerischer Ansatz, entsprechend unterstützen kann. Es bedarf ein bisschen Übung, mit dem Programm zurechtzukommen. Aber wenn Sie schon mal mit PowerPoint oder mit Excel-Tabellen gearbeitet haben, dann glaube ich, werden Sie auch hier mit dem entsprechenden CorelDRAW sehr, sehr schnell, sehr zufriedenstellend zurechtkommen. Natürlich ist es so, dass das Vacom-Tablet oder Tableau, das Zeichentableau, entsprechend hier Ihre Arbeit unterstützen wird. Sinnvoll ist es natürlich dann, wenn Sie einen Rechner haben mit Windows 7 oder Windows 8 oder im besten Fall sogar Windows 10. Darauf ist das ganze Programm natürlich optimiert und selbstverständlich funktioniert das Ganze auch mit den Mac-Rechnern. Also auch die Apple-Nutzer werden da entsprechend viel Freude und sehr viel Spaß damit haben. Unsere komplette Grafikabteilung arbeitet damit und unser Chef nutzt ein solches Tableau übrigens auch ganz einfach zum Arbeiten am PC selber, weil man dann natürlich sehr, sehr zuverlässig mit unterwegs sein kann. Und gerade auch in der Bildbearbeitung, in der Videobearbeitung, aber eben auch beim Zeichnen im digitalen Bereich ist man hier ganz, ganz vorne mit dabei. Es ist übrigens grundsätzlich kompatibel unser Vacom-Tableau mit allen gängigen Zeichenprogrammen. Das heißt also, auch wenn Sie andere Programme zum Zeichnen schon drauf haben, müssen Sie nicht unbedingt CorelDRAW nutzen. Aber in der Kombination ist es natürlich absolut perfekt aufeinander abgestimmt. Und das nutzen eben auch die Profis, das nutzen die Grafikdesigner, das nutzen die Architekten, das nutzen die Bauherren, um entsprechende Zeichnungen zu machen, um auch mal komplizierte Aufgaben damit zu lösen, denn das ist von der Handhabung her etwas völlig anderes als über die Tastatur des Computers beziehungsweise des Laptops. Hier arbeitet man, wie man das kennt von früher, mit Papier und Bleistift, nur das alles eben in digitaler Form. Für mich ganz klar der Vorteil der Preis. Wir reden von knapp 260 Euro in der UVP des Herstellers. Enthalten darin ist das Vacom-Tablett, das One Medium mit einer Zeichenfläche von 21,6 x 13,5 Zentimetern. Natürlich ist der Stift mit den beiden Tasten ebenfalls mit dabei. Die Druckempfindlichkeit lässt sich auf über 1000 Druckpunkte entsprechend einstellen, sodass man immer genau das Richtige zur Verfügung hat. Das natürliche Malen, das Zeichnen, das Skizzieren, Fotos bearbeiten oder auch andere Dinge, die man damit machen möchte, gehen denkbar einfach von der Hand. Und wir haben es heute nicht, wie vom Hersteller vorgesehen, in der Kombination mit Coral Draw X7 für knapp 260 Euro. Sie bekommen es heute noch nicht mal für 100 Euro, wie aktuell im Katalog, sondern heute bei uns, bei Pearl TV, mit über 60 Prozent Preisvorteil zum TV-Sonderpreis von 94 Euro und 91 Cent. Das ist ein Spitzenangebot und alle, die Ambitionen haben, künstlerisch tätig zu werden oder vielleicht schon künstlerisch tätig sind, werden mit dem Vacom-Tableau das One Medium in Verbindung mit der Software Coral Draw Home & Student Suite X7 ihre helle Freude haben. Das ist der Hammer. Das macht richtig viel Spaß, das kann ich Ihnen sagen. Das ist eigentlich auch gar nicht so schwer zu bedienen. Ich glaube, man muss sich da einfach einmal rantasten. Ich habe den Stift hier in der Hand und habe schon bereits eine wunderschöne Blume gemalt. Jetzt mache ich mal so ein paar Strichchen, so ein bisschen Krickel-Krackel. PX 5096 und die 569 ist die Artikelnummer für ihr Coral Draw Home & Student Suite X7 inklusive Vacom One M Grafiktablett. Das ist der Hammer. Das Design ist auch wunderschön. Ich habe mich verliebt. Sie werden es auch tun und vor allem in die unbegrenzten Möglichkeiten, die Sie hier haben. Sie bekommen natürlich einmal auch die Software mit dazu. Die ist inklusive und dann können Sie wirklich komplette Grafiken designen. Sie können vielseitig einsetzbare Zeichenwerkzeuge nutzen, fortgeschrittene Bildarbeitung durchführen. Sie haben hilfreiche Lernmaterialien mit dazu, wie zum Beispiel Videotutorials, Hilfedateien, Tipps von Experten und einem Online-Schnellstart-Handbuch. So erzielen Sie schon in kurzer Zeit wirklich tolle Ergebnisse. Umfassende Inhaltebibliothek ist auch mit dabei. Sie können auswählen aus 1300 hochwertigen Cliparts, Digitalbildern, 100 lizenzfreien hochauflösenden Fotos, 125 Schriften, 100 Füllungen und über 100 professionellen Vorlagen und tolle neue mobile Apps. Das ist der Wahnsinn. Carsten, du versuchst dich auch mal mit deiner künstlerischen Ader und zeichnest auch bereits etwas. Ich bin gespannt, was er da für uns vorbereitet. 94,91 Euro, Platz Nummer 1, absolut zu Recht. Das sind die Neuheiten des Kataloges zu den TV-Sonderpreisen. Seien Sie bitte schnell, greifen Sie zu, denn Sie haben gesehen, einige der Produkte sind bereits vergriffen. Das ist natürlich schade, aber die Auslieferungsdaten, die stehen bereits fest. Seien Sie da schnell, greifen Sie zu, denn die sind beliebt wie noch nie. Die sind neu, die will jeder haben, vor allem jeder, der den Katalog bereits hat. Was hast du da gemalt? Ich habe versucht, einen Donald Duck zu malen. Ich bin ja künstlerisch sowas von unbegabt. Insofern bin ich da genau der Richtige, der jetzt hier mit dem Zeichentableau da steht. Ich habe Familienteilnehmer, die also wirklich künstlerisch echt was drauf haben. Aber ich persönlich bin da also künstlerisch leider völlig unbegabt. Insofern ist das so eine Sache für sich. Ich behaupte, wenn ich mich ein paar Minuten damit beschäftige oder vielleicht mal eine halbe Stunde, eine Stunde mich mal in stille Kämmerlein zurückziehe und mich mal etwas intensiver damit auseinandersetze, wird mich das sicherlich in meinen Bemühungen unterstützen. Ich sehe es bei uns bei der Sophie. Ich glaube, die hat auch ein Vakuum-Zeichentableau da vorne liegen, um die ganzen Grafiken und dergleichen zu erstellen. Ich muss zugeben, wir müssen Sie noch ein bisschen reintasten in die ganze Geschichte, dass wir Fahrradfahren, wenn Sie einmal wissen, wie es funktioniert, wenn Sie einmal wissen, wie das gemacht wird, dann haben Sie sicherlich sehr viel Freude dabei, zumal Sie das Programm, das CorelDRAW X7, entsprechend in Ihren Bemühungen unterstützen würden. Da macht es ganz einfach Spaß, wenn man die Art und Weise eben mit Stift und mit Tableau, ähnlich wie mit Kugelschreiben oder mit Bleistift und einem ganz normalen Blatt Papier, so wie früher mit einem Millimeterpapier, wie die Ingenieure das beispielsweise auch kennen, dann wird man hier definitiv also auch im digitalen Bereich tolle Möglichkeiten haben. Übrigens auch Unterschriften und dergleichen. Das, was man eben sonst mit einem normalen PC so nicht hinbekommt, sind damit überhaupt kein Thema. Das für diesen Preis, also mit über 60 Prozent Preisvorteil, eine Top-Katalog-Neuheit. Greifen Sie da bitte zu.